29. September 2001 Mutter Gottes Meine lieben Sühnenden Kinder, Ihr bedürft sehr der Hilfe und des Schutzes der Heiligen Angel. Das Sühnen der Leben besteht nicht nur aus einigen zusätzlichen Gebeten. Es erfordert vielmehr die vollständige Hingabe all jener, die diese Berufung angenommen haben. Meine Kinder, er bittet oft den Beistand, den Schutz, die Führung und das Licht des Heiligen Erzengels Michael und der anderen Heiligen Engel. Sie eilen euch stets bereitwillig zu Hilfe. Doch hängt es von euch ab, ob ihr von ihrer mächtigen Hilfe Gebrauch macht und sie in ausreichendem Maße auch in Anspruch nimmt. Mit je größerem Vertrauen ihr die Heiligen Engel bittet, umso stärker werden sie euch helfen können. Erzengel Michael Ich und alle Heiligen Engel stehen jederzeit, wenn ihr uns ruft und um unsere Hilfe, unseren Schutz, unser Licht bittet, zu eurer Verfügung. Es ist Gottes heiliger Wille, dass ihr darum bitten müsst, denn Gott will dem Menschen nichts, selbst das Gute, nicht aufzwingen. Gott wartet, bis der Mensch sich freiwillig und aus Liebe an ihm wendet. Und deshalb müssen auch wir dies einhalten. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.